Ich denke, es wäre absolut unglaublich, wenn wir auf die Moon gehen, Mars oder außer und low-Earth-Orbit, wäre das einfach unglaublich. Mein großer Traum für die Weltraumfahrt in den nächsten 20 Jahren ist, dass wir es den großen Entdeckern gleich tun und uns wagen, wieder einen Schritt weiter raus in den Weltraum zu fliegen, weiter aus dem niedrigen Erdorbit raus in Richtung Mond und Mars. Dass die Spazial-Aktivitäten, durch die observationen der Erde, uns helfen, die naturalen Katastrophen wie die Terremotionen, die Tsunami und die Inzige. Ich hoffe, dass wir Richtung Maan gehen, dass wir wieder auf der Maan landen und dass wir auch echt weit in der Raum gehen, vielleicht sogar Richtung Mars. Dass das Spazial-Aktivitäten eine konkrete Lösung für die große Probleme der Menschheit, wie zum Beispiel die Klimawandel, die Probleme der Umwelt, die Energie, die Primärmärmste, und dass das Raum weitergeht. Das ist das, was wir im nächsten 20 Jahre hervorragend, dass wir die Weltraum-Aktivitäten auf der Erde wiederholfen, dass wir die Weltraum-Aktivitäten auf der Erde wiederholfen, dass wir eine permanenten Persönlichung auf der Erde haben. Wir haben die ersten Schritte für die Menschen mit Menschen, um die Welt zu machen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten 20 Jahren in den nächsten Jahren, wir mit ein sehr vielen Ländern von der ganzen Welt zusammenkommen können, um ein neues Raumfahrt-Explorateprogramm aufzettet. Ein bisschen wie das Internationale Raumtestation, aber dann mit viel mehr Landen zusammen. Wir haben uns einfach zu viel auf dieser Planeten und in welchem Weise müssen wir mehr Möglichkeiten finden. Und das können wir durch die Erklärung des Weltkrieges. Ich wünsche mir eine bessere Koordination mit internationalen, mit unseren Spatio-Programmen. Und ich wünsche mir auch eine ambitielle Exploration. Denn ich denke, das Raum kann uns ermöglichen, unsere Humanität zurückzuführen. Ich würde ein Astronaut oder Direktor fragen, um die Erde zu sehen, um die Welt zu sehen, und Frieden und Naturbeschärung. Ich wünsche mir, dass die Satelliten nicht zu wissen, ob die Welt der Welt zu sehen ist. Ich wünsche mir die Welt auf die Erde zu sehen. Ich wünsche mir viel mehr auf die große Privat-Projekte, wie SpaceX in Amerika. Ich wünsche mir das Jahr, und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir mehr Informationen über die Welt zu sehen. Was kann ich Ihnen sagen, damit wir uns besser kennen? Dass wir uns besser kennenlernen. Keep talking to young people. Keep talking to the new generation coming through. And keep them interested and inspired by what you do in Space. Ich denke, dass wir als Junge nicht mehr wissen, dass wir uns nicht wirklich informiert sind. Ich denke, dass es sehr interessant ist. Mein Tipp wäre, dass wir uns gerne lernen, über die Welt zu lernen. Ich denke, dass wir uns nicht suchen, dass wir uns nicht lernen, dass wir uns nicht lernen. Ich denke, dass wir uns besser kennenlernen. Wenn wir uns besser kennenlernen können, dann wäre es ein Sorgloser. Ich würde ihm sagen, BIM ME UP, SCOTTI! Heute wird ein neues Kapitel der Nutzung und Exploration des Weltraums geschrieben. Die für die nächsten 50 Jahre erwarteten Entwicklungen werden mit Sicherheit genauso beeindruckend sein, wie diejenigen seit dem Start von Sputnik im Jahr 1957. Mit der Weiterentwicklung der Träger sinken die Kosten für den Zugang zum Weltraum, wodurch sich neue Möglichkeiten eröffnen. Die technologischen Weiterentwicklungen, von denen wir alle auf der Erde profitieren, wirken sich auch auf die Raumfahrt aus. Und es bahnt sich eine weitere Revolution an. Künftig können Missionen von einer Vielzahl von Teams, Unternehmen und Personen vorgeschlagen und verwirklicht werden, die bis dato noch keine Raumfahrt-Akteure sind. Bereits heute können passionierte Amateur-Teams für einen fünfstelligen Betrag Mikrosatelliten ins All schicken. Und auch bei den bei Raumfahrt-Missionen erzeugten Daten stehen große Veränderungen bevor, da diese bald von jedermann bearbeitet werden können. Schon jetzt ist dies bei zahlreichen öffentlichen auf der Erde erstellten Daten der Fall. Sollte der Raumfahrtsektor so weit wie möglich, das heißt für jedermann zugänglich sein? Heute leistet jeder Europäer jährlich über die von ihm gezahlten Steuern einen Beitrag zu den europäischen Raumfahrtprogrammen in Höhe von durchschnittlich zwei Kinokarten, das heißt von ca. 12 Euro pro Jahr. Wären Sie bereit, diesen Beitrag zu erhöhen? Was halten Sie von dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen im All nach 2024 und das Ende der internationalen Weltraumstation? Und wie könnten die Bürgerinnen an diesen zukünftigen Revolutionen interessiert werden? Was meinen Sie dazu? warstatt von Menschen im Aller soundtrack Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.